So Leute, heute spielen wir mal eine Runde Agario. Ich war von Ihnen auf Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 Leute und was war passiert? Ich war groß und wollte jemanden fressen. In dem Moment hatte jemand anderen eine andere Person gefüttert anstatt mich. Ich habe mich Help Me Please genannt und das war recht gut angekommen. Von Ihnen wurde ich an jeder Stelle überall gefüttert. Warten wir mal ab, ob das Ganze jetzt auch wieder so passiert oder auch nicht. Hey, 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 bleib stehen, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Nein, 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 nein. Oh, der hat mir vorhin mega geholfen, Jumbo. Oh, nein. Der war das vorhin, der hatte dem geholfen, dem einen. Und jetzt ist der auch riesengroß geworden. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt spielen wir nochmal. Und, nein. Hey, 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 bleib weg, bleib weg. Ohne. Wollt ihr mich verarschen? Das ist jetzt wirklich eine große Verarschung. Wohin füttert ihr mich und so und jetzt werde ich nur noch kaputt gemacht? Das geht aber nicht. So, 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 so. Häng nicht, häng nicht, häng nicht. Och, komm. Warum hängt das? Jetzt da aber. Los, 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 los. Spiel, du darfst ja nicht hängen, weil wenn du wieder hängst, dann gehe ich wieder kaputt und das wollen wir ja nicht. Wir wollen jetzt wieder. Boah, Big TM hat mich erst kaputt gemacht. Der war aber anscheinend auch kaputt gegangen, weil vorhin hatte der eine andere Farbe. Und während dem Spiel kann man ja schlecht die Farbe verändern. So, jetzt sammle ich hier sehr viel ein. Ich mache mal ganz kurz Pause, weil im Moment ist es nicht so spannend. Es könnte im Moment ein bisschen spannender sein, aber es ist nicht so spannend. Und den konnte ich nicht eben holen. So, deswegen mache ich mal ganz kurz Pause für euch. Also bis. Nein, 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 nein. Oh. Ich wollte eben Pause machen und dann auf einmal wurde ich fast gefressen. Hm, nicht schlecht. Ich mache mal kurz Pause, Leute. Na toll, jetzt ist dieses Spiel abgebrochen. Jetzt steht hier wieder Connection. Ich sag ja, es ist wirklich bei diesem Spiel nur noch zum Aufregen. Na toll, jetzt werde ich gleich rausgeschmissen, weil ich überhaupt nicht eingeloggt war. Das Spiel regt gerade mega, mega auf. Gleich fliege ich wieder raus, Leute. Das weiß ich ganz genau. Spätestens, wenn der Server sich hundertprozentig verbunden hat, dann fliege ich hier gleich wieder raus. Das ist doch so zum Aufregen, aber so dermaßen. Warum war überhaupt die Webseite weggegangen? Ich verstehe es nicht. Ja, seht ihr, jetzt bin ich wieder rausflogen. Es regt doch. So, jetzt habe ich mich genannt. Can you help me? So, ich glaube der Name ist vielleicht kreativ, vielleicht auch nicht. Probieren wir uns einfach mal aus. Maybe schief gehen kann es ja nicht. Oh nein, was sollte das eben. Das war erst total verpixelt und dann auf einmal gehen die ganze... Also, wirklich. Also, wirklich. Das ist okay. Ey, jetzt hängt es schon wieder. Bitte nicht. So, jetzt gehe ich nochmal auf Play. Cool, jetzt geht es mal wieder und es hängt mal nicht. Wow. Aber ob mein Name auch so kreativ ist in dem Spiel, weiß ich natürlich überhaupt nicht. Ich heiße einfach nur Can you help me? Der Name ist nicht gerade der Beste. Aber für ihn hat es geklappt. Ich war für ihn recht weit mitgekommen. Und ja, komischerweise bin ich aber kaputt gegangen, weil das Can you help me hat mir nicht viel gebracht. So, und beim Aufnahmeding, wo ich jetzt gerade hier alles aufnehme, ja, müsste man für ihn ja schon gesehen haben. Wie der Server abgestürzt war. Ich weiß nicht genau, ob ich da Pause gemacht habe oder gerade nicht, aber es regt einfach manchmal mega auf. Da nimmst du auf, in dem Moment, dann tut sich der Server nicht mehr verbinden oder fliegt man raus und dann kann man es wieder neu verbinden. Es ist manchmal wirklich zum Aufregen. Und dann macht das ganze Spiel auch keinen Spaß irgendwie zu spielen. Und die weiße Kugel, die sieht man überhaupt nicht. Also, ich erkenne die auch mein Bild schon kaum. Ich muss da genau hingucken, dass ich überhaupt weiß, wo die Kugel ist. Es ist irgendwie total, ja. Es ist doch wirklich, wirklich nicht mehr normal. Da ist nur noch jeder gegen jeden und vorhin war ich Platz 3 oder Platz 4 und dann bin ich kaputt gegangen, weil so ein anderer einen anderen geholfen hat. Jetzt habe ich schon einen guten Namen und komme nicht mehr auf Platz 3. Jo, auch gut. So, sammle ich noch ein paar Dinge hier ein. Vielleicht wäre ich dann ein bisschen leicht größer, wenn ich viele einsammle. So, hier noch ein paar. Hier noch ein paar. Oh, du blöder Mond, bleib weg. So, hier sammle ich noch ein paar ein. Hier auch. Oh, der nennt sich Killer. Eine Banane, wo er ihn killen will. Okay, alles klar. So, jetzt sammle ich Pakistan ein. Ah, man, 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 man. Wop, bleibt. Nein, 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 nein. Wow. Eben hatte das gehangen. Da hätte jederzeit mich irgendeiner fressen können von denen. Oh, wow, 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 wow. Wurde der groß. auch da die alten sind groß die anderen kleinen ich schrieb mich gerade mega wie mega mega auf jedes mal wenn ich das Spiel spiele der nicht gefressen was soll dieser Schild ich war für ihn auf Platz 3 so sammel mir noch ein paar von den dinge hier ein hier 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 nein 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 NSA du sammelst die nicht vor mir ein ich sammle die alle ein so 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 oh nein da kommt wieder ein scheiß großer wow 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 schnell 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 weil wenn die großen kommen die sammeln mir alles weg natürlich kommen auch wieder hin aber das dauert immer wieder den großen am Start sind ist hier alles gleich weg ich spreche aus Erfahrung weil ich schon öfter in dem game groß war und wenn man wirklich groß ist in dem game jo geht man auch gleich kaputt oh jejejejejeje nein warum geh ich da hin das war gerade eine Logik wie, was weiß ich da kommt schon der Große anstatt ich die Scheißdinge dem lasse gehe ich da schön noch zu der großen Kugel hin oh man ey, manchmal denke ich auch wie blöd ey, das Pikachu, Pikachu, Pikachu wo bist du? ja, 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 Pikachu ey holy shit nein, hol mich nicht, hol mich nicht, hol mich nicht ich mag Pikachu fangen, ich mag Pikachu fangen nein nein ich hab's gewusst, ey, anstatt der Pikachu holt, holt er mich ich hab sowas irgendwie schon im Gefühl gehabt aber ein letztes Mal probieren wir es, weil die Aufnahme geht schon über 8 Minuten, Leute so jetzt hängt es jetzt hängt es, jetzt hängt es, jetzt hängt es oh man, oh man, oh man du blöder Bär, bleib weg bleib doch weg nein nein wow, das war eben mega knapp oh wow 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 sag mal, hilft mir in dem Spiel überhaupt keiner? aber der hilft mir doch bestimmt, der Große, oder? der Großer, hilf mir hilf doch mir ja, ich hab die Rollwitz, hilf mir ein Scheißdreck, du, der der hilft mir gar nicht ich hab gedacht, du hilfst mir alles klar egal ich hab mich jetzt eh opfern lassen in dem Spiel ich beende jetzt mein Video, also Leute ciao, bis zum nächsten Mal, peace and out und ich war wieder heute grottenschlechten Agario vorhin war es gut gewesen und ich hatte es nicht aufgenommen ciao